Wenn dein Hund seine Zähne zeigt, bedeutet das meistens nichts Gutes. Doch viele Halter haben ihren Liebling schon einmal dabei beobachtet, wie er die Lefzinn zurückzieht, seine Eckzähne zeigt und dabei fröhlich und völlig entspannt wirkt. Doch zeigt ein Hund mit diesem Grinsen wirklich, dass er glücklich ist? Das klären wir in diesem Video. Einige Hunde lächeln tatsächlich aus Freude. Dieses Verhalten haben sie sich von uns Menschen abgeschaut. Forscher sind davon überzeugt, dass Hunde uns genau beobachten und sich sehr gut anpassen können. Sie haben erkannt, dass es zwischen Menschen etwas Gutes ist, sich die Zähne zu zeigen. Hunde verstehen also, dass es bei uns nichts mit Drohnen, wie es bei Hunden üblich ist, zu tun hat. Wenn ein Hund lächelt, zieht er seine Lefzinn immer wieder für kurze Zeit zurück und zeigt so mehrmals hintereinander seine Zähne. Seine Körperhaltung ist dabei entspannt. Hunde lächeln unter anderem, wenn sie ihre Menschen begrüßen oder mit ihnen spielen möchten. Nummer 2. Diese Hunde grinsen am häufigsten. Verhaltensforscher haben erkannt, dass einige Hunderassen häufiger freudig ihre Zähne zeigen als andere. Hunderassen, die besonders oft grinsen, sind der Darmatina, Windhunde und der Pudel. Und Nummer 3. Verwechseln niemals das Lächeln eines Hundes. Hunde können zwar aus Freude ihre Zähne zeigen, doch man sollte das Lächeln niemals mit dem Spielgesicht oder dem Zähnefletschen verwechseln. Das Spielgesicht sieht so aus. Der Hund hat die Augen weit aufgerissen, sie sind dabei oft etwas verdreht. Der Hund zeigt alle Zähne und sein Maul ist weit aufgerissen. Ob ein Hund aus Freude oder Aggression seine Zähne zeigt, musst du klar unterscheiden können. Lächelt ein Hund freudig, dann erkennst du das an diesen Körpersignalen. Entspannte Körperhaltung, Mundwinkel verändern sich und die Rute wedelt freudig. Zeigt dein Hund seine Zähne und will er damit drohen, erkennst du das an diesen Körpersignalen. Angespannte Körperhaltung, Hund fixiert sein Gegenüber und ein tiefes dunkles Knurren ertönt. Das Lächeln haben einige Hunde von uns Menschen abgeschaut, doch nicht jeder von ihnen tut es. Denn Hunde zeigen ihre Zähne meist, um ihr Gegenüber einzuschüchtern und nicht um Freude zu zeigen. Du musst immer die gesamte Situation betrachten, wenn du erkennen möchtest, warum dein Hund seine Zähne zeigt. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen. Schreib mir auch gerne deine Meinung zu diesem Thema in die Kommentare. Und vergiss nicht diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Hundevideo mehr verpasst.